Tie them up. Tie them down there. Take that. Hold there, you got that on the other side of them. Ist ja gut, ist gut, Männlein. Ist ja gut. Guck mal, das heißt das Super-Thema war ganz klein. Kannste das ein Loch weiter stellen? Ja, hier. Ja, das ist jetzt wieder zu klein. Hey, Männchen. Männchen, it's Bill's food. For God's sake. Go. Go. You pick a hell of a time to steal Bill's food. Can you move this a little bit more? Mooster? You won't stand up. Nein. You won't stand up. You okay? Is that good? Nein. Raphael, would you hold that? Yeah. Boah, der sieht direkt cool aus. Hey. 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 Ist das denn fest? Ne, vorne noch. Oder was? Ah. Ne, der hat's nur so gewohlen. Unten würde so festgemacht werden. Uh. Ja. Ja. Und vom Halse. Oh. So. Schön. Schön. Gute. 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 Ich bin noch grad in Kohlenerfahrung. Nein. Gut. Das ist viel zu eng. Das heißt zwar. Wir müssen ein größeres morgen kaufen. Ja. 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 Kann ich ja mal was zu fessen haben. Mhm. Mhm. Ja. 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 Das ist völlig hoch wie schön. Oh, pass auf, hinter dir. Ja, die sind weg. Super, Essen, Claudia. Welche Größe steht auf dem Hals da drauf, Benne? Kannst du das da drunter auch im Loch weitermachen? Hey Bill, das ist weit genug, dann kommt er mit den Tüchen da rein. Aber der wächst ja auch. Ja, aber das reicht noch. Ja, obendrauf ist jetzt besser. Wer ist das Masse-Donkey? Ist er ein Krieger für die Wahrheit und die Wahrheit? Aber das ist Englisch. Ein Superhero. Dann können wir ihn jetzt loslassen. Er ist schon loslassen. Er ist schon loslassen. Wer ist das Masse-Donkey? Das ist ein Wild-Donkey. Das ist ein Wild-Donkey. Wer ist das Jockey? Das ist ein Wild-Donkey.